Das Jahr ist noch jung, doch die Saison für die DFK-Handballer schon lang. Nach 19 Spielen stehen die Leipziger nur auf dem 15. Tabellenplatz. Zum Neujahrsauftakt 2019 sprachen die Verantwortlichen des Vereins noch einmal über 2018. Und auch für den Geschäftsführer Carsten Günther war es ein turbulentes Jahr. Es war ein sehr lehrreiches Jahr für uns. Es gab viele Auf und Abs. Wir haben bittige Niederlagen eingesteckt, wir haben auch echt heiße Handball-Falz geliefert. Die Arena hat oft gebrannt und die schönste Erkenntnis des Jahres war, dass der Zusammenhalt im Verein riesengroß ist. Dass wir eine Riesenrückendeckung von unseren Fans und Sponsoren genießen. Und das wollen wir jetzt auch 2019 zurückgeben und ordentliche Erfolge gemeinsam feiern. Zur großen Überraschung kündigte Torhüter Milos Potera an, den Torwarttrainerjob ab der nächsten Saison zu leiten. Somit bleibt der Slowake der DHFK-Familie bis 2022 treu. Ich bin sehr zufrieden damit, dass ich weiter bei der DHFK-Handball mitmachen kann. Und ich hoffe, dass in Zukunft auch der Verein mit mir zufrieden wird. Über die nächste Saison wollte hier noch keiner reden. Denn erstmal müssen die Leipziger nach einer langen, intensiven Vorbereitungsphase die zweite Hälfte der Saison meistern. Jetzt haben wir erstmal drei sehr intensive Trainingswochen hinter uns, haben uns richtig gut vorbereitet. Jetzt kommt noch die Feinschliffwoche und dann geht es nach Bietigheim, da wollen wir zwei Punkte holen. Alles andere ist erstmal egal. Am 10. Februar geht es dann für den SCDFK in Bietigheim mit der Handball-Bundesliga weiter. Der Heimspielauftakt in der Arena ist erst am 3. März gegen den VfL Gummersbach.